Aha! Aha! Geh ich doch grad nicht mal den Holzweg, das ist eher so ein Metallweg oder zumindest ein Plastikweg oder wie ist das? Mama! Hallo Leute! Detektiv Gustl ist am Start und macht so ein Cheater kaputt, was er macht. Oh, ich bin immer richtig aufgeregt da vorne. Ah, das hyped mich immer voll, das hyped mich einfach kaputt, das hyped mich. Aha, wir sind mitte in der Runde. Ich bin wirklich gespannt, was der so macht, soweit ich weiß, ist das ein Cheater. Ähm, wir werden es ja gleich sehen, was er treibt da, zatspekt, zats, zats, zats. Es sind jetzt einige mit drauf, ich weiß nicht, ob er die, ich glaub, der kann durch die Wand durchgucken, der Kamerad da, wisch? Das ist so ein richtiger Drecksack, guck mal, wie er da hoch aimt. Aha! Aha! So, so! Der weiß das, wisch? Der andere war ja immer noch an dem Ding. Guck, wie er es so tut, als wenn er es erwischt. Das ist gleich ein B, das Arschloch da. Pass mal auf, jetzt geht der gleich in die Katas rein. Ajo, weil er weiß, dass er da ist. Weil er das weiß. Ein Lüger allererster Klasse. Das ist so ein richtiger Lüger Baron. Ich weiß, ich bin, ich bin ein ziemlich guter Detektiv, so bei Counter-Strike. Also, er wässert mich richtig, wenn ich falsch liege, aber ich würd sagen, der hat vielleicht so ein bisschen, ein bisschen so Wallhack. Oh, hat er das? Hat er gerade mal. Der kann doch durch die, der kann doch ein bisschen durch die Wand gucken, oder? Da liege ich da, liege ich da, liege ich da auf dem Netz, sogar da Eis. Gehe ich da gerade nicht mal den Holzweg? Das ist eher so ein Metallweg, oder zumindest ein Plastikweg, oder wie ist das? Guck mal. Er, er lauft, nein. Äh, aha, okay, gut. Das war jetzt halt ein Update, ne? Das war seine eigene Dummheit. Ach, guck mal, jetzt bleibt er stehe. Er hat gerade ewig da stehen geblieben. Ah, ha, ha. Da wahrscheinlich macht er irgendwas, oh, da aus, nicht? Das ist halt die Frog, bei dem, bei dem G, da beim Dreckige, oder? Aha, aha, okay, gut, gut. Was macht er denn jetzt? Aber was macht er denn jetzt? Aha, also, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich gerade mal gespannt, was er so auf dem, auf dem Arztspot so macht, mit denen so. Aha, gut, gut, oh, aha. Jetzt kommt's raus, ne? Oh. Ne, ich find's eigentlich noch, es geht noch. Es hält sich noch an Grenzen, bei dem. Er hat jetzt, die Runde hat er abgeaimt, würde ich mal so behaupten. Er hat gut abgeaimt, er hat halt geguckt, wo ich stehe, und das ist halt, auf gut Deutsch gesagt, normal, normal. Mama. Okay, er steht wieder rum, ums Spawn, aha, gut. Was hat er denn mit der Getriebe jetzt, so, ha? Hat er denn wieder Ohr gemacht, jetzt, der Dreckarsch da. Als wenn er das so ein bisschen wischt, wo ich stehe. Möglicherweise hört er so, ach, ich weiß es nicht, gell? Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung, es ist eine schwierige Entscheidung mit dem, mit dem Kerle. Aha, gut, gut, aha. Ich kann mich noch nicht, so, so. Ich weiß, ich bin eigentlich Detektiv 1. Klasse, 1. Güte, allerbeste Sorte. Ausgewählt aus der Piermundkirche, aber ich kann's nicht richtig erkennen bei dem. Ich fühl's noch nicht. Ich kann's noch nicht fühlen bei dem. So. Was macht denn der so, der Blätkopf? Guck mal. Oh. Okay. Ah, ah, ah. Was denn, Lacker? Hat er das jetzt gewusst, da raufmitte, oder war das Glück? Ich glaub, der hat's gewusst, oder? Oder hat ein Kerl? Ja. Guck mal, er steht schon wieder rum am Spawn, aha. Dreckarsch. Was machst du, ne? 30 Jahre dumm Zeug, du alter Schelm. Möglicherweise bereitet er ein fürchtliches Schamitzel vor. Das ist doch so ein, so ein Lauspupp, so ein Lausischer. Gut, das war jetzt eher normal, ne? Die, äh, die Sacht. Guck mal, ich weiß das doch genau. Aha! Die ist jetzt nur noch gedingst, so, auf den, auf den Trupp. Das ging jetzt aber gerade wohl schnell, ne? Hat er noch so ein Elmessicht, oder wie ist das? Wie darf ich das verstehen, mit deinem? Das hat's feckt, was ich das jetzt her gewusst, oder? Okay, ich werd ihm auf jeden Fall, werd ich schon ein Elmessicht neidricken, äh, den Wallhack. Ich werd ihm auf jeden Fall einen Wallhack neidricken, das geht so nett mit dem. Der Ema, ich weiß das nicht, ob er den Ema hat, ich weiß das nicht. Ne, ah, vielleicht kann er auch nicht schmeißen, so ein richtiger Vollidiot. So, das hat's feckt, was mach schon jetzt, mach schon noch, was obviuses ist. Komm, gibst mir, alter, mach jetzt. Drücken mal ne den Warnhopp, gib mir den Grund, komm schon. Oh, ne. So, die Bombe geht auf B, Achtung, was er jetzt treibt. Ah, ha, aber ich glaub, er hat ihn gesehen, ich glaub, er hat ihn gesehen, das war völlig clear, das war in Ordnung. Da kommt er auf B, als hätte er's, als würde er so ein bisschen riechen. Ah, ha, 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 und jetzt kommt von unten einer, oh, what? Naja, er aehmt da hoch, wahrscheinlich um die Verschleierungstaktik anzuwenden, ne? Oh, oh, ah, der Letzte ist auf dem Arsch vor Druck. So, sagst du weg, was machst du denn jetzt mit dem, hä? Du kannst schon durch die Wand sehen, aber ich will schnell hinlaufen, klar. Ich drücke mir jetzt einfach mal einen Wallhack rein, den Dreckarsch, da. Aber sonst fand ich ihn clear eigentlich, okay? Gut, er ist eh zwei Mal gekommen, ich hab in den Kopf gesprungen, aber... Möchtest du was noch kommen, ich hab in den Kopf gesprungen? Oh, der Kopf springt. Und zickel ich da. Ich bin immer wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.